Was geht ab Freunde? Bevor das Video losgeht, habe ich eine Kleinigkeit für euch und zwar habe ich einen neuen Partner und zwar eine Fußball-App, das ist keine geringe als Spitch. Ihr könnt unten in der ersten Videobeschreibung, unten ist ein Link drin, das müsste allererste sein, könnt ihr gerne meiner Community beitreten. Spitch ist eine Fußball-App, wo es um euer Kenntnis geht. Das heißt, ihr könnt zwei Arten spielen. Entweder könnt ihr for free spielen, dann könnt ihr Punkte sammeln und auch dort Geld gewinnen oder ihr könnt auch mit direkt Geld aufladen und dann euer Team bauen und Geld gewinnen. Es ist aber nicht eine Seite, wo es irgendwie Quoten gibt oder irgendetwas, sondern es geht darum, eigentlich schon euer Fußball-Kenntnis. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Seite. So sieht das dann zum Beispiel aus. Hier unten habt ihr den Reiter Communities, da seht ihr dann zum Beispiel meine Community, das heißt, da sind dann Leute drin, Leute aus dem Chat, wer auch immer und dann seht ihr ja die Namen und dann ist es sozusagen wie auch so ein kleines Battle. Vielleicht mache ich auch irgendwas, dass man sagt, einmal im Monat die Nummer 1 kriegt irgendwie 50er PSN-Karte von mir oder kann sich irgendwas aussuchen, da ist mir vielleicht was einfallen. Das Spitch läuft so ab, ihr habt ein Feld und da baut ihr euer Team. Das heißt, ihr braucht Punkte. Wenn ihr jetzt einen Haaland und einen Lewandowski in den Sturm stellt, ist es relativ wahrscheinlich, dass die ein Tor schießen, das heißt, ihr kriegt jetzt nicht die Überpunkte, wenn Lewand ein Tor schießt. Da macht ihr zum Beispiel Leute rein wie ein Aboni, der hat letzte Woche gegen Mainz, leider, einen Doppelpack geschossen. Für ihn hättet ihr natürlich viele Punkte bekommen und der, der an dem Spieltag die meisten Punkte hat, der bekommt dann auch diesen Price Pool. Und das ist das Wichtige. Ihr habt immer ein Budget von 150 Millionen am Anfang und damit könnt ihr eure Spiele aufbauen. Das heißt zum Beispiel, ich sage jetzt, ich schaue mir in die Abwehr, Marc-Oliver Kempf, so ich sage, ist ein super Mann, der hält am nächsten Woche Samstag, hält er hinten bei Stuttgart alles dicht, da kommt keiner vorbei. Passwerte und das könnt ihr euch alles angucken, das sind so Statistiken. Das heißt, ihr spielt nicht mit einer Quote, sondern ihr spielt mit eurem fußballerischen Kenntnis. Und das, was ihr über den Spieler wisst, das heißt, ihr müsst euch auch ein bisschen über Fußball informieren und nicht einfach blind irgendwo was hinschmeißen. Das ist ganz geil. Er ist halt auch offiziell gepartnert mit der Bundesliga und mit vielen anderen Ligen. Wenn ihr zum Beispiel auf Liga geht, dann habt ihr auch verschiedene Ligen, beziehungsweise jetzt bin ich in der Bundesliga drin und dann könnt ihr euch den Spielplan angucken, ihr könnt euch die Bälle angucken, die Statistiken, über die Spieler, die Statistiken könnt ihr euch angucken. Ihr habt oben nochmal im Reiter, aktuell gibt es Bundesliga, Deutsche Bundesliga, Defi-Pokal, es gibt viele verschiedene Ligen, auch die Champions League ist drin, die Premier League ist drin und es werden auch in Zukunft mehrere Ligen kommen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile App, es macht auf jeden Fall Spaß, gerade am Wochenende, so hat man mit einem Team fast die komplette Bundesliga eigentlich drin, also einen ganzen Spieltag oder sogar zwei Spieltage und dann könnt ihr es immer live verfolgen, das ist ganz geil. Und habt dann auch so ein Battle mit der eigenen Community und kommt gucken, okay, er hat jetzt zum Beispiel 3.600 Punkte, er hat 2.000, jetzt will ich den überholen. Und Media macht am Ende des Monats vielleicht noch ein kleines Event, wo du als erster irgendwas kriegst. Ist eine sehr, sehr geile App, kann ich euch nur ans Herz legen, ladet euch die gerne runter oder macht es über einen Browser wie ich, kommt in meine Community, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten, viel Spaß mit dem Video. Ja, servus. Servus, sind Sie her? Ja, da trutz wohl jemand mit einer Geisel, konntest sein. Besser ist das, der ganze Bums hier aufgeht, ja? Hallo, ein Offizier. Ja, ja. Äh, und wo ist denn mein Messer, das mir abgenommen wurde? Ich hab kein Messer, Herr Willen, Herr Mayer. Hm, hm, hm. Tut mir leid. Wo ist denn hier offen? Ich kann das verdienen. Ach, der hinten ist auf, ach. Nee, hinten lasse ich sie nicht raus. Nee, komm, ich lasse vorne raus. Wie lange hätten Sie noch sitzen müssen, Herr Mayer? Noch ein gutes, äh, äh, 22, 30. Ach, naja. Ja, das ist ein bisschen, Herr. Das ist ein bisschen, Herr. Ah. Mach ihm hinten die Türe auf, wenn er... Ja, das gefällt mir. Ach so, ich hab gedacht, du machst das hier auf, Herr. Da hinten, da hinten ist er. Ja, Sie lassen den los und dann lasse ich den Sepp Mayer raus. Ja, wir treffen uns raus, Herr. Lassen Sie ihn los und der soll wegrennen. Ja, ich glaub, der hat ihn losgelassen, Herr. Was macht er denn jetzt? Was hat er gesagt? Er steht vorm Dings. Ja, komm raus. Ja, den hab ich eigentlich knastelt. Ja, du musst den, du musst den freimachen, vorher, dass ich ihn rausgekomme. Ach, da hinten? Ja. Ach. Komm mit. Da war. Sepp, bisschen hier los. Ah, Sepp, ist Herr 20. Ja, da. Ich hätte gerne meine Sachen wieder, Herr 20. Ja, nee, das kannst du auf dem Weg auf jeden Fall vergessen. Ansonsten, das ging nicht gut. Dann holst du mich nachher wieder auf dem anderen Weg. So, Sepp Mayer, einmal raus. Ja, haut's ob, ihr Wixer. Reise, reise rein. Mach es so. Geil, gelände, gelände. Hass, bloß, du bist mein Mann. Steig rein, steig rein. Können rein, ich kann nicht rein, ist es zu. Nein. Du musst rein, du musst rein. Ja? Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, die stehen jetzt, die Wixer. Die Wixer. Nein, 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 nein. Warum schießen die denn? Herr Mayer, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Ich will nicht schießen, ich will wirklich nicht schießen, Herr Mayer. Bleiben Sie wirklich stehen. Bleiben Sie stehen, bitte. Ich schieße nicht. Ah. Herr Mayer. Hallo. Herr Mayer, kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie, Herr Mayer. Sie kennen uns dafür, Sie bleiben trotzdem bis 22.30. Sie können ja nicht stehen. Ja, freilich. Nehmen Sie mal fest. Ja, ja. Ja, ich laufe doch. Ich kann aber nichts machen. Ich habe so Woffen. Es ging auch mal friedlich ohne Schießen, oder Herr Mayer? Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wir wollen ja alle nicht, dass hier irgendwer zu schauen kommt. Ne, das muss ja auch nicht sein. Ja, ich sage es mir, es geht ohne Schießen und knallt es meinen Kollegen ab, oder was? Ja, der rollt ohne Kollegen abschießen. Ja, ich habe ja nicht geschossen. Das habe ich, da war ich nicht dabei. Ja, ich sage ja nicht, du, ich sage ihr. Ja, der wollte unseren Kollegen abschießen, da müssen wir natürlich handeln. Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Ja, ich bekomme das Auto nicht auf, weil es wieder hängt, die Tür, und dann wird mir abgeknallt. Ja, danke. Äh, Officer, ich hatte eine Frage. Da war ja ein kurzer Ausflug. Was hat denn der hergemacht? Ja, hat dein Maul da hinten, du S***er. Was hat denn der hergemacht, warum jetzt wieder eingespägt wird? Der ist doch ein guter. Ich würde schon seine Gründe haben, warum der junge Mann im PD sitzt. Ja, er hat eben nichts von den Gründen, der ist ein sehr guter. Weil der Server backt, beziehungsweise weil es halt ein bisschen leckt nach einer Sonnenwende. Kommen wir nicht ins Auto? Dann muss man auch mal ein bisschen paar Minuten drüber nachdenken. Sepp Mayer, was machen Sie denn schon wieder hier? Ja, das war sie auch nicht. Ihr Kollege hat es mir einfach rausgebracht. Mensch, Sepp, was ist denn hier los? Nee, der Sepp kann dafür nichts. Der braucht auch keine Strafe, der sitzt sowieso noch immer eine Stunde. Welche Zelle sitzt du denn? Zelle 4 am besten, da war er vorne gerade schon drin. Der kommt jetzt in die JVA, der junge Mann, und dann ist das so voll. Ja, ich rege das einmal. Der kann ja nichts, der kann ja nichts dafür. Mach mir ab jetzt! Hau ab! Wie gesagt. Ach, Herr Mayer, Sie müssen jetzt nicht noch gewalttätig werden. Das muss ja nicht sein. Ja, ja, tut mir leid. Sepp, wir haben uns auch gut verstanden, oder? Ja, ihr habt zwei Kollegen aber einfach über den Haufen geschossen. Ja, Sepp? Ihr habt meinen Kollegen über den Haufen geschossen, weil die Tür hängt im Auto. Ja, na, selbstverständlich habe ich den über den Haufen geschossen, einfach weil er auf mich geschossen hat. Das ist eine Lücke, der Haarspuller wird niemals schießen. Deswegen liegt er und ich stehe hier. Ja, genau, weil er nicht schießt und sie schon. Achso. Der ist wieder nachspielamt, das sag ich euch. Hier ist gar kein Problem. Mhm. Wir machen das jetzt am besten mal so. So, ich gehe gleich mal in den Funk vom, vom... Ist schon, weiß schon. Baum hat schon gemacht. Hat Baum schon gemacht. Werden die, äh, wird er abgeholt? Ich will nicht ein J-Pau, ah. Ah, die Idioten, die Idioten. Ey, 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 ist jemand von dem Platz da, schnell. Sepp, ich komme jetzt noch mal zu dir rein. Ja, freilich, ihm eine. Ich nehme dir jetzt... Ich bleib mal am besten an der Wand. Ich nehme dir noch mal eben, äh, Funkgeräte und nenne die jetzt ab. Ja, mach das. Warum denn mein Fernglas? Ja, ja, ich habe hier ein bisschen verguckt. Na, ich glaube, Otto hat sich verjuckt. Warte, ich gar. Aber es ist ein guter Polizist, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Dankeschön. Oh, ziefix. Schulz. Ja, servus, vierte, jetzt haut's ab. Sag mal, hast du das Gasmaus gesossen, sag mal. Das ist kein Gasmaus, das ist ein Gasmaus, du saubleder Wichser. Das Gasmaus, Gasmaus. Gasmaus, du depp. Jetzt saub. Saubläder. Aber wenigstens mal witzig mit denen. wenigstens mal witzig mit denen. Jo, erstmal Agosmos. Jo, Freddy. Ich habe noch Agosmos. Hätte mein Handy auch genommen. Scheiße. Oh, ich kann noch funken. Das ist jetzt... Dann darf ich nicht funken. Muss dran denken, tschö. Der Einzige, der mich schon retten kann, ist Fabito, weil er der Einzige ist, der weiß, dass ich noch hier sitze. Ich muss jetzt vom Ding her noch eine Stunde sitzen. Die wollen mich in JVA bringen, weil JVA kannst du eigentlich rausbekommen. Hier kannst du halt mit Geisel und so einem Scheiß machen, weißt du? Ey, Mann, wir werden so weggekommen, wenn das Auto nicht hängt, Bruder. Wenn wir einsteigen hätten können, wären wir schon längst weg, werden sie überleben. Schade, Mann. Schade, 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 schade. Epa. Oh, Lappaloo, was geht denn dazu? Was ist an Oh, Lappaloo? Sagst du im Mai? Happy Hour. Mitten in der Nacht. Sexy. Alles dunst, alles lacht. 40 Grad am Dienstflag. Oh, Lappaloo. Sagst du im Mai? Ja, servus. Guten Tag, und zwar, ähm, da sie eine etwas längere Raffzeit haben, würden wir sie gerne mitnehmen in die JVA. In die JVA? Ja. Ich mag die JVA auch nicht. Ist sie so geil da unten. Ah. Ich mag die unten bleiben, bitte. Da gibt es auch Currywurst, also von nebenher. Kommt die junge Dame da hinten mit, die schaut so lieb aus. Wenn ich da ist, habe ich keine Angst, Wurst. Ich macht mir ein bisschen Angst vor der Justiz, die sind immer so grob aus, die Herren. Das stimmt doch gar nicht. Nein, wir sind eigentlich gar nicht. Ich mag nicht die JVA. Naja, stellen Sie sich einmal hinten an die Wand, würden wir sie durchsuchen. Ja, aber nicht der Herr da hinten mit der Glatze, der macht nämlich immer komische Dinge unter die Wand statt. Nee, das macht mein Kollege. Ja, ja, was kommt es denn jetzt alle zu? Ist das ein Kino oder was? Ich habe mir die Frau Zimmermann mal hergebracht, damit sie sich ein bisschen wohler fühlt. Ja, bei der Frau Zimmermann geht es mir immer gut. Die ist ganz lebt, nett. Guten Tag. Hoppa, unterknallt sie. Wie bitte? Gut, ich werde sie noch einmal besuchen. Ja, also von der Optik her, sie haben mir einen entspannten Eindruck gemacht, Wurst. Da habe ich ein bisschen geborgen gefühlt bei ihnen. Nicht, dass ich mich täusche. Dann fahr ich doch mit. Ja, bitte. Bitte. Gut, ich habe jetzt einen Kabelbinder und zum. Ja, 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 Freide. Gut, dann würde ich sie einmal mitnehmen. Ich weiß nicht, können sie selber laufen, ja, ne? Ja, Freide, das kann ich. Perfekt. Uulaballu, was geht denn? Wir haben sie einen Stock aus der Hand, Mann, keine Angst. Alles klar, dann teilen wir uns auf, alles gut. Ja, da fahre ich mit der Frau Zimmermann. Ja, lass mich doch durch, du Depp. Ey. Deswegen seid ihr auch nur bei der Polizei. Gut, da waren wir leise da hinten, sonst gibt es einen hinteren Latz. Ich bin vorne, du Sau-Depp. Du bist hinter mir, du Affe. Ich bin vor dir, Sepp. Ja, aber der Typ mit dem Glatz hat gesagt, da hinten, aber ich bin da vorne und der ist hinten. Hahaha, Idiot. Warum, ich habe mal eine Frage. Warum, warum benötigt denn so viele Leute für den Herrn Mayer? Ja, Herr Mayer ist eine wichtige Person, anscheinend, da? Warum fahre ich jetzt? Warum, warum, wenn Sie zu? Frau Zimmermann, Sie können sich nämlich hinsetzen. Wir können ein bisschen Kortenspielen, wenn Sie was dabei haben. Dann einmal links einstellen. Äh, wo? Ja, hier. Ja, der Kopf ist eingezogen. Frau Zimmermann, mein linker Platz ist frei. Was ist denn jetzt los? Ja, nehmt einfach meinen Wagen. Mein linker, linker Platz ist frei. Ich wünsche mir die Frau Zimmermann herbei. Ja, schnell sie mich an. Ja, bitte. Mein linker, linker Platz ist frei. Ich wünsche mir die Frau Zimmermann herbei. Wir klären uns jetzt die Polizistin, Schatz. Wir klären uns jetzt die Polizistin. Sie wollen schon immer mal kennenlernen. Nee, ne? Na, Sie bleiben jetzt hier drin, Frau Zimmermann. Äh, hast du mit uns, äh, Lemon, oder? Ich bleib hier bei dem Bundeskanzler. Ja, ach so. Das erste Mal, dass ich Apple mit der Polizistin. Was bin ich jetzt verauftet, wenn ich fragen darf? Haben Sie überhaupt gemacht? Das war, ja, Frau Zimmermann, das, das fragen Sie mich. Das weiß ich doch auch nicht. Das ist es ja, Frau Zimmermann. Ich weiß ja gar nicht, um was es hier geht. Okay. Ich wurde mitgenommen. Ich war schon zwei. Ja, ich wurde mitgenommen. Dann kam irgendjemand raus, den ich nicht kenne. Der wollte mich anscheinend befreien. Ich weiß auch nicht, wer das war. Aha. Und jetzt muss ich zu JVA. Ich hab gar nichts gemacht. Der JVA ist halt einfach nur wegen langer... Ja, 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 Freilich, ich weiß. Haben Sie denn gemacht, dass Sie jetzt länger sitzen müssen? Ja, das ist es ja, Frau Zimmermann. Ich weiß es nicht. Ich konnte es mir nicht erklären. Aber Sie haben doch was gesagt, wie Sie das eingesetzt haben. Ja, angeblich irgendwas versucht. Mord, dann Mord und Raub und Diebstahl und Flucht und Beleidigung. Wenn Sie die 30 Minuten Verlängerung sind, weil anscheinend eine Geiselnahme war wegen Ihnen, Ampidi, irgend sowas. Na, der eine Mann meinte, dass es keine Schicksalsstrafe gibt. Dafür konnte ich ja nichts, wenn die das machen. Also ich muss generell bis 22.30 Uhr sitzen. Im D-Funk steht jetzt bis 11. Ja, das kann aber nicht sein. Der eine Politist meinte, dass... Ich konnte ja nichts dafür, wenn die das machen. Ich konnte ja nichts dafür, wenn es auf der Straße ein umgeknallt wird. Dann ist ja nicht Sepp Meier schuld. Ich kann ja jetzt nicht hier zwei Stunden in der Zelle hocken, wirst du? Da können wir leider nichts machen bei der Justiz. Wir sind nur für die Überfahrt zuständig. Ja, 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 wir sind dafür zuständig. Das muss ich mir gleich mal den D-Funk anschauen und ein bisschen eskalieren. Das wollte ich jetzt nicht, wirst du? Ist hinter uns eine Polizei? Ja. Habt ihr noch nie Kolonnenfahrten geübt? Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Jetzt haben die mal die Sirene ausgemacht. Verdammt Sie mal, wie lange sind Sie jetzt schon bei der Polizei, wenn ich fragen darf? Wie lange ich bei der Polizei bin? Ja, genau. Eine Woche jetzt. Eine Woche. Und wie ist es? Wie finden Sie es? Also bis jetzt ist heute... Heute ist so der erste Tag, wo ich so richtig mit dabei sein konnte. Ja, sehen Sie. Und direkt mit Sepp Meier. Ja, freilich. Ich kreuze, dass etwas angeschlagen war. Oh, ja, gute Besserung, gute Besserung. Aber sie schauen bezaubernd aus, wenn ich das so sagen darf. Ach, Dankeschön. Also hier steht tatsächlich nur, dass sie bis 23 Uhr einsitzen sollen. Ja, davor war 22.30 Uhr. Wer kann ich leider nicht einsehen? Weiß wieso. Ja, ja, ja. Da muss es ja hier Dings machen. Ah, wie hieß denn der? Bei mir war der 20 da. Der 20er. Ja, genau. Und da war noch ein anderer Mann. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat so Tattoos gehabt und ein bisschen lang... Der sah ein bisschen aus wie... Wie Thomas Anders. Ach, das war bestimmt Herr Westzeit. Ja, das kann sein. Herr Westzeit ist ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Bin ich der Einzige, wer zu einem sitzt bei JV oder ist noch ein, zwei andere? Wollen wir hier nicht hier lang oder willst du direkt durch? Ist da Brettspiele dabei oder Kortenspiele? Ich hab ne Frage, warum muss ich denn jetzt bis 23? Ich dachte 22.30 Uhr. Ja, und es wird gesagt, wir sollen irgendwie was draufschlagen. Ja, ja, ich frage den. Hauptzeit hab ich nochmal verlängert. Ja, aber warum? Ich war wegen dem Gefängnissausbruch, natürlich. Ach so, ja gut, dann da hinten... Vorhin wird noch jemand im Kiosk überfallen. Da bin ich auch dran schuldet oder was? Das ist auch wieder weg. Ich weiß ich ihm, ich sag's ja. Nee, wir kommen einfach rein. Wir haben ihn. Ich bin bei dir, ich sehe ihn zwar nicht. Aber ich kann die Hörn riechen, vor allem riechen. Da würdest du ja mal ganz kurz hinlegen. Ja, eine Sekunde. Ich werde hier noch ein bisschen rumgetragen, was? Ach so, sind sie jetzt? Jetzt bin ich festgenommen. Jetzt aber. Äh, warte. Na, ich bin die Kamin nicht bewegen. Ja, das müssen wir loslassen. Erst loslassen und dann entfesseln, ne? Sind sie entfesseln gerade? Ja. Also, ich kann schlagen. Guck mal, heppah. Dann fessel ich ihn nochmal, lass ihn dann los und dann entfesseln. Oh. Ja, super. Äh. Geht doch. Bin ich blind oder? Ich bin, glaube ich, auch blind. Kannst du euch mal kurz hinlegen? Also, ich... Ich werde alles noch... Junge Mann, sie müssen schon die Hand von meine Hose abmachen. Oh ja, das tut mir leid. Und jetzt nicht in die Hose reingehen, du Sauvie... Jetzt können sie sich halt bewegen. Na, kann ich nicht, du hättest mich alles noch fest. Vielleicht müssen wir das mal vielleicht draußen machen, weil... Ich kann auch, also, was? Meine Augen sind ja ein bisschen... Jetzt, jetzt, jetzt sind sie freier. Jetzt sind sie freier. Ja, jetzt kann ich laufen, aber die Hand stellen noch an. Ah, servus, was geht um? Jetzt hat's... Aba, jetzt hat's... Jo, ja, freilich, jetzt geht das alles hier. Gut, dann können sie sich hier einmal umziehen. Aha. Das gefällt mir nicht. Die Farben... Nicht blau. Ich mag nicht blau. Oh, blau, Herr Meier, blau. Nein, 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 ich bleib so, ich bleib so. Ja, hallo, einmal die Kollegen einen Schritt weg, bitte. Komm mal her, ja. Jo, 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 nicht so ein Raute, und sie fix. Jo, um Gottes Willen, ich überwürfe dich einmal auf unbezahlte Rechnung, da hast du keine, sehr schön. Also, du bekommst jetzt von mir Brung Einschüchterung, bekommst Widerstand gegen die Verstreckungsbeamten, bekommst zweimalige Geiselnahme... Zweimal? Ich hab doch nur einmal eine Geiselnahme gemacht. Nee, es geht noch um die Akte mit der Fahndung. Dann bekommst du von mir einen Mord. Aber wen hab ich umgebracht? Wen hab ich... Ich hab niemanden umgebracht heute. Ich hab gesagt aus der Fahndung. Nein. Ja, aber wer war denn das? Man kann doch nicht sagen, das war von einem Monat. Von einem Monat, wisst du, wie oft ich schon im PD war? Wie könntest du mir noch erzählen, das war von einem Monat. Wie gesagt, wie gesagt, ich muss da einfach nur der Sache nachgehen, ne? Ja, vor vier Tagen hieß es so ein Praktikum bei der Bundeswehrmacht und jetzt heißt es halt irgendwie niemanden umgebracht vor einem Monat. Ja, ja, mach. Ja, um Gefängnisausbruch, das war natürlich auch meine Schuld. Ja, Freilich. Ja, sie hätten auch sagen können, nee, möchte ich nicht. Ja, genau, ja, genau, das hätte ich sagen können. Und noch dazu bekommst du von mir die Einsatzkosten 2. Die Outlash im Konservatür. So, und dann wären wir auch fertig soweit. Achso, Einsatzkosten 2, ja, Freilich. Ähm, ganz kurz eine Frage an die Kollegen. Soll ich noch von jemandem die Miete übernehmen für diesen Monat? Das Essen auch noch, die Schuhe und die Klamotten? Oder seid ihr alle aktuell zufrieden? Braucht ihr immer noch ein neues Auto? Hör auf, du brauchst da... Meine Hose ist gerade sowieso auf und mein Arschloch ist frei. Also wenn ihr wollt, könnt ihr noch auch eine gehen. Ja, alles klar, hau ab, gib mir meine Zelle. Ja, ich wünsche dir gar nichts, außer Schmarrn. Hau ab jetzt. Ah, 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 hau ab. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt, ihr habt keinen Nerv mehr. Grüß Sepp, viel Spaß noch. Ja, servus, Rozi, mein Mann. Äh, dann könnt, äh, äh, ich muss sich noch einmal umzuziehen. Ah, ich zieh mich gar nicht um, ich zieh nix blaues an. Lieber sterb ich, bevor ich irgendwas blaues anziehe. Ich bin ein verfehlter Kripp, ich bin ein Blatt und das Blatt da so. Jetzt haut's ab und gib mir meine Misszelle. Naja, gut, dann... Ja, naja, gut, gib mir meine Zelle jetzt, sonst lang ich jetzt zu, Tifix. Jetzt gib mir meine Zelle. Oh, hey, jetzt hört's aber auf hier. Ich bin nicht zufrieden worden. Ja, das Bandela kann ich ausziehen. Frau, zu ihm einmal nehmen Sie sich was mit. Wenn's doch hier ist, Tifix. Seien Sie nicht zu scheu. Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier, der JVA. Ich war noch nicht Einzelzelle. Macht doch hier oben rein, das passt. Das ist doch eine Einzelzelle oder nicht hier oben? Hm, doch, sie kommen hier oben. Oh, das ist... Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich hab mal gehört von Ihren Kollegen, dass sie hier auch mal waren für die Nacht. Und dass einer, dass ihr beide... Einer lag oben, einer lag unten. Und da gibt's eine Geschichte von dem Herrn mit der Glatze. Der hat unten gelegen und ist nachts um drei mit der Hand hoch und das Bett und hat angefangen, beim Kollegen Hand anzulegen. Ah ja. Ja, ja, freilich. Gehen Sie mal bitte noch mal kurz an die Wand. Ja, ja, freilich. Ja, gut, dann mach ich jetzt mal erst mal. Ich trainiere jetzt erst mal, dass ich nicht so ausschau, wie ihr mit eurer Mist-Hühnerbrust. Ihr saubröden Wickel. Was wollt ihr denn? Was steht ihr denn? Sind wir jetzt hier im Zoo? Oder was, bin ich ein Gorilla? Was willst du denn? Hau ab jetzt. Ich brauch nix zu essen. Ich will mir nur Ruhe haben und nicht euch Glatzköpfe haben. Hau ab. Ich hab alles. Ja, hau ab. Ich hab zwei B und zwei Döner, das passt. Hau ab. Ich mach jetzt erst mal mein Workout. Wer ist denn das da hinten? Ist das der Johnny oder was? Ah Mist. Ey. Ich brauch mein Handy noch. Ich muss meinen Anwalt anrufen, zu fix. Ist noch jemand? Hallo. Ey. Ich brauch mein Handy noch, zu fix. Ich muss meinen Anwalt anrufen. Glatzkopf. Sohnemann. Ja, auf Sohnemann hört es das jetzt, oder was? Ja, endlich. Ich mach jetzt erst mal ein paar Liegschütze. Ey, 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 ey. Ich brauch mein Handy. Ich muss meinen Anwalt anrufen, zu fix. Wo ist denn Anwalt? Wie bitte? Mein Anwalt ist der Frank Castle. Wie schreibt man das? Frank, wie Frank Ribery, nur ohne C. Und Castle, wie die Book auf Englisch. C, F, R, A, N, T, K, C, A, S, T, L, N, E, E, R. Ja, genau. Ich würd den gern anrufen. Ich könnt dann auch mein Handy wiederholen. Kennen Sie die Nummer auswendig? Äh, ja. Ja? Ja. Okay, ausnahmsweise können Sie dann unten die Telefone benutzen. Wo ist denn das? Ja, freilich. Können Sie anrufen. Ja, mach ich. Ah, hier, Conny, hier, Conny, hier, Conny. Sobald Sie probieren, dass Sie uns irgendwie hereinlegen. Na, hallo? Ja? Wart mal. Oh. Ja, das ist ja grad. Jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat. Gut, ich werde Ihnen ausnahmsweise ein Handy geben, damit Sie ganz schnell die Nummer nachgucken können. Ich ruf an und leg auf und dann kriegst du es wieder. Ne, Moment, Sie müssen einfach nur sich die Nummer merken und dann... Ja, das... Oh, um Gottes willen. Ich lese euch das vor, ihr müsst ein bisschen mitmachen. Oh, die Nummer ist... Oh, wo ist denn das jetzt? Jetzt muss ich es erstmal rausgesuchen, weißt du mal? Ich finde es aber kritisch, wenn du dir mal ein Handy gibst. Wenn du jetzt eine Nachricht schreibst, dann mach ich es wieder mal. Ah, das ist so lecker. Ey, zuerst da hast du einen Abbiege. Ich konnte ihn nur anrufen, ich konnte nicht schauen. Was ist los, dann? Da musst du auch irgendwo eine Nummer dran stellen. Ja, ich kann die Nummer so sagen. Ja, dann... Was ist los, dann? Ja, Herr Justizlein. 0172. Ja. Ja. 699. Ja. 288. 288. Ja, genau. Gut, dann wieder abgebe. Abgebe das Handy jetzt. Achso, ja, ja, so, ja, warte. Handy, wo haben wir es dann? HEPA geben. Wie ist denn der Name? Harrison. John Harrison, bitte. 0172. 699. 288. Ja, Freilich. Zweimal die 8, nur. Ja, Freilich, ich kann den gar nicht anrufen. Dann legen Sie nochmal auf und probieren Sie es hier drüben. Was habe ich denn? Warte mal. Ja. Hallo? Frank, kannst du mich hören? Ja, was ist los? Sie müssen den Hörer abnehmen und dann... Äh, ich bin in der JVA. Ja, ich bin in der JVA. Ich bräuchte mal jemanden. Ich sitze hier bis 23 Uhr. Das ist ein bisschen viel. Okay, Bro, wir haben gerade sowas gegen Kali. Und danach kümmere ich mich um dich her. Nee, alles gut. Lass sein. Das passt schon. Ich habe seit 5 Stunden was gegen B****. Nee, das passt schon. Alles gut. Alles gut. Leg auf, leg auf, leg auf. Wenn ich euch in die Finger kriege, ihr seid alle am Arsch. Leg auf. Ja, ist weg. Alles gut. Die haben da wieder Streit mit irgendeiner Bande. Die nuckeln sich unten am Schwanz rum. Die haben jetzt leider keine Zeit. Ich will dem wieder mal in der Zelle. Okay, dann kommen sie. Können sie bitte hier rein? Ja, Freilich. Ich hole dich da raus. Egal, woran du glaubst. Ja, Freilich. Servus. 28. 29. 30. Wer stürzt mich jetzt bei meinem Workout? Was ist an? Ich war gerade am Trainieren. Ja. Servus. Was geht ab? Ich habe echt schon ziemlich abgefuckte Kollegen. Was sagst du? Wir haben echt schon ziemlich abgefuckte Kollegen. Warum? Ja, nehmen sie jemanden von uns als Geiser, um sie hier rauszuholen. Oh. Das ist ein Witz, oder? Ja, das ist... Dann würde ich sagen, mach mal die Tür auf. Am besten nicht, dass ihr Kollege noch was passiert. Das wäre ja ein Schande, wenn ein Bundeswehrblut auf dem Boden liegt. Ich verstehe sie gerade schlecht, weil er gefunkt wird. Ja, ich mache erst mal meinen Workout. Epa. So. 28. Ich habe gesagt, das wäre eine Schande, wenn es jetzt noch einer von euren Kollegen jetzt nachher Blut vergossen wird, wusst. Bundeswehrblut, das ist ja was ganz Trauriges. Das braucht ja kein Mensch. Epa. So, ich würde sagen, ich ziehe mir mal mein T-Shirt an. Draußen ist es nämlich kalt. Ja, wir müssen in einem Minut warten. Ja, du machst am besten mal die Zelle auf. Das hätte ich mal so gesagt. Ja, da können sie ja jetzt auch noch kurz drin bleiben. Ja, gut, dann... Ich sage mal, mit jeder Sekunde, die es länger braucht, umso länger, so schneller ist das Messer wahrscheinlich an der Kehle. Würde ich mir davon ausgehen, ne? Ja, natürlich, nur es wird ja gerade darüber verhandelt. Ja, ja, wo sind sie dann? Vor der Tür, oder was? Ja. Aha. Ja, ja, das Schüsse. Opa. Wahrscheinlich waren Schüsse, das machen sie gerne mal. Ich mache mir mal einen Workout weiter. Ihr macht mir da jetzt euer Ding und seht zu, dass ich hier in fünf Minuten ausse bin. Epa. Was ist denn da draußen los? Das konnte ich dir sagen, warte mal, ich bin Superman, ich kann durch die Wände schauen, du voll Depp, wie saus' ich denn aus, als ob ich es weiß. So, Herr Mayer. Ich kann selber laufen. Ansonsten machen sie ihm die Handschellen los. Also, zumindest hören sie auf ihn zu tragen, dass er selber laufen kann. Na, besser ist, mach deine Flossen weg, du bist der. Ich muss immer lachen. Herr Mayer, dann kommen Sie mit. Ja. Wie ist denn Ihr Name, Herr Bundeswehr? Freddy May. Selber, Herr May. Was geht da? Ich mache gar nichts, ich habe Handschellen an, wie soll ich denn was machen? Schaut euch aus, wie ich Spider-Man, dass der sich durch die Wände hüpft, oder was? Also, versuchen irgendwie, irgendwie wegzulaufen, oder so. Ich laufe gar nichts weg. Herr Esa-Schuss ab. Ja, das mag ich nicht. Ich habe halt genug Strom abbekommen. Was ist denn hier los? Opa, was ist denn hier los? Ach, 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 ach. Das ist so cool gerade. Das ist für mich so cool, dass ich hier rauskomme. Das ist für mich so cool gerade. Warten wir hier einmal. Ja, vielleicht nicht. Wisst ihr, was das Beste ist, wenn Herr Sentenza jetzt da wäre? Jetzt schau mal vor, Herr Sentenza würde kommen. Ich sterbe dann. Servus. Ich bin keine Geisel. Ja, mach dir mal die Handschellen los, damit ich... Ja, mach dir mal die Handschellen mal besser los. Ob die ganze Bundeswehr hier gebraucht hat, oder was? Ja, ha. Das willst du besser haben. Vorsicht, sie kriegen von mir nochmal Handschellen dran. Schon wieder? Ja, damit sie mir nicht weglaufen. Ja, ihr laufe nicht weg. Wo soll ich nicht hinlaufen? Hier sind 25.000 Beamte. Die rennen ja selbst noch, wenn ich losrenne. Ich kann selber laufen. Ich kann selber laufen. Ja, freilich. Das kriege ich gerade noch hin. Ja, ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Oder mach das draußen. Vielleicht spinnt sie sich auch ein bisschen. Ja, jetzt. Aha. Besser ist. Hand weg da jetzt. Wie schaut es aus, wenn ich am Handy und funke? Das würde ich gerne haben. Ich müsste sich selber organisieren. Ah, passt schon. Einmal bitte hinter den Streifenwagen stellen. Wohin? Hinter den Streifenwagen. Ja, 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 freilich. Servus. Was geht ab? Alex, ob die Rest kümmere ich mich, Digga. Was geht ab, Alex? Einmal Blondshop in die Zange. Aber du, 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 du. So, hier ist der Herr Meier. So, einmal hier abstellen. Ja, wir werden jetzt die Geisel... Ja, Herr Meier ist hier zu dem blauen... Einmal bitte alle aufhören. Einmal ab. Einmal ab. Einmal ab. Einmal ab. Einmal ab. Einmal ab. Mach das Ding jetzt ab. Hattest ihr es nicht gehört, oder was? Ihr Sau-Deppen. Wir müssen zu dem blauen Foto gehen. Wo ist denn der blaue Wichs? Was weiß ich, wer ihr blau ist? Sie schauen alle dumm aus. Wer ist denn blau? Ist das hier blau? Ja, weiter nach vorne. Ran an den Heli. Ran an den Heli. Wo ist denn hier ein Heli? Hier, vorhin. Direkt vor dem Kasten. Ja, ihr sollt das abmachen, Sau-Blöder. Warte mal, warte mal, warte mal. Alex. Mach mal das mit der Sonny Alex. Aha. Aha, ja, besser ist. Alex, komm mal hierher. Stopp. Hallo, nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Das wollt ich doch gar nicht. Das spinnt ja alles. Mein Kopf tut ein bisschen weh. So, Officer, einmal wegkrieg. Komm mal hier zu mir, bitte. Das ist jetzt meine Bundesörlerin. Ja, ja. Wir werden jetzt die Bundes... Hört mir jetzt genau zu, Digga. Jetzt erst gecheckt. Wir werden die Bundesörer hier hinstellen. Ja? Und die Wörter stehenbleiben, bis wir wegkommen. Ja. Weil wir zielen noch auf Sie. Solltet ihr auf die dumme Idee kommen, auf uns zu schießen, ist die Bundeswehr... Ich bin nicht abgedrückt. Habt ihr mich verstanden? Ja, und dann lag meine Träger. Wunderbar. Sollt man nicht losfliegen. Nein. Ich hab gar nicht gecheckt, dass sie mich dingsen wollen. Ja! Ich hab mir gar nicht gecheckt, dass sie mich dingsen wollen. Was wird sich gut geben? So, ey, wir werden... Ich ziele auf Sie. Ich ziele auf Sie. Ja, ich ziele auf Sie. Ich ziele auf Sie. Wir zielen alle auf Sie. Wir zielen alle auf Sie. So, ich ziele auf Ihren Kopf. Bis zum nächsten Mal. Adios, adios. Ja! Jungs! Keiner ist später, Sepp Mayer, ein. Ihr liebt euch. Warte, 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 wir müssen mal gucken. Die verfolgen uns doch. Der Helikopter... Ey, ich kleide ihn gut. Komm da ab, Digger. Ich kleide ihn ab, kein Problem. Schieß, schieß, schieß. Warte auf ihn. Aber bitte nicht auf mich. So lange wir oben über ihm sind. Ja, alles gut. Ich hoffe, du weißt, was du da machst mit der Knalle an meinem Kopf. Ich hab ein bisschen Angst. Sepp. Ja, was ist? Ach so, ich hab... Oh, gut. Ja, 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 bitte macht... Oh mein Gott. Bitte. Nein, bitte nicht. Das wäre gar nichts. Ey, er kommt auch gut. Er kommt gut. Ihr müsst schießen gleich. Ihr müsst schießen, das geht nicht anders. Ja, ja, warte, warte. Ey, ich geb das Feuer frei, Digger. Keiner gibt das Feuer frei, ja? Warte, was hast du? Ich hab keine Langwaffe, verdammte Sesse, Mann. Ich hab ne Langwaffe, Digger. Ja, du kannst in der Film von der Schieße schießen, Digger. Wenn ich jetzt rausspring, dann spring ich zusammen mit Zellig zusammen. Ja, ja, genau. Genau, genau, Digger. Sie. Ey, Mannos, hätt ich vorhin keine Feuer zu mir, ich wär tot, verdammte Sesse. Aber doch, halt, Digger. Wir haben so gedacht, dass die Geisel nur... Boah. Das ist, Digger. Das ist ein romantischer Flug über Los Santos. Boah. Ah, das ist verliebt in mich, natürlich. Sie, Finks. Hast du ihn nicht groß gefasst, sag ehrlich? Natürlich, verdammte Sesse. Ich hab gesagt, ich hab Angst und so, aber die dachte... Ah, sehr gut, Papito, sehr gut. Ja, habt ihr alle ein Fallschub, Digger? Habt ihr alle ein Fallschub? No, ich hab keinen, aber wenn Olaf einen hat, ich glaub, ich kann mich an den dran klemmen. Ich bin tot, ich bin tot, ein Mann, ich hab keinen Fallschub. Aber was soll er jetzt machen? Was ist der Plan? Der Plan ist, wie f*** die Mann? Wir sind vier gegen zwei, Mann. Also ich, ganz kurz, ich sag euch, ich werde gleich aufhören, hochzufliegen und von der rechten Seite könnt ihr dann ausschießen, Cousin. Warte, wo wäre es ein Waffe? Auf welcher Seite ist es ein Waffe? Äh, wir sind links, links müssen wir schießen. Ich hab gar keine Waffe, ich kann nichts machen. Ich bin links, ich bin links. Linke Seite, Cousin, linke Seite. Cousin, mach keinen Quatsch, ich mag dich. So, ich schieße gleich, ich schieße gleich. Ich höre jetzt auf, hochzufliegen, Cousin. Ja, hör auf, hör auf. Ich schieße auf drei, zwei, eins. Schieße. Hat sie was getroffen? Ja, ja, ich treffe der gleich. Sehr gut, sehr gut, Marcel Hedis. Rauf da, rauf da, Marcel. Rauf da. Ich seh's. Um Gottes willen, um Gottes willen. Schieße ich zurück? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alles gut, der Cousin macht das. Ich, ich, ich hab keinen, ich kann nicht. Ja, ich hab keinen Piek, ich hab keinen Piek. Hey, Cousin fliegt Richtung Stadt, dass wenn wir mit Fallschirm raus sind, in der Masse runtergehen. Ja, genau, ja, genau, ja, genau. Ich hab kein Fallschirm, bitte. Bad Little, er muss ja nicht auffahren. Ja, ich hab Fallschirm dabei. Babri, Babri, du donker für die Aktion, aber jetzt ist es halt fesch für dich, ach. Hey, Jungs, kann nicht irgendjemand bei dem Platz anrufen, falls sie in der Hutsch werden, und sagen, dass wir kommen und ein bisschen Schusskraft brauchen von oben? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hast du uns Knauze? Dann sind die über uns, ich seh die nicht mehr. Ich seh die auch nicht mehr. gegen wen spielt Deutschland überhaupt? Kuzeng, flieg einfach in die Stadt, versuch so tief zu fliegen, bis geht dann sieht uns keiner Ich hab sehr große Korsschmerzen, sie fliegen ist da keine gute Idee Boah, Rumänien, Digga, Jammer Warte, 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 warte Warte, 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 warte Unter uns ist der Heli, unter uns ist der noch, unter uns Unter uns? Unter uns? Unter uns? Bitte nicht Ah, links, links, links Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh Jetzt ist er wieder weg Let's go, Kuzeng Kuzeng, du bist der Beste, du machst das Nein, nicht unter dem Tunnel Der Kuzeng kann das Ich hab, ich hab da studiert Kuzeng, ich glaub dir, ich belief in dich Hey, spring ab Marcel, du bleibst drinnen, wenn einer stirbt, steh einmal alle jetzt, hör auf mit sowas Nein, Kuzeng, Kuzeng, mach mein Zeit Boah, Junge, was ne Aktion Mama, ich lande da, Kuzeng Was ne Aktion Bist du dir sicher? Die Blatts werden das nicht feiern, wenn du da landest Nein, ich lande bei der Garage Warum fährst du, bist du aber nicht ADAC? Oder Ja Weil ADAC ADAC, die am Ende rufen direkt die Polizei Ich, ich hab dort Autos Weißt du? Hast du einen Viersitzer? Achso, das weiß ich Ich hab hier einen Viersitzer noch, ja Lande hier, lande hier Kuzeng, bester Pilot, sag ich dir, so wie es ist Nein, 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 du hast Swerge noch nicht gesehen Das stimmt Kuzeng ist besser Boah, Junge Boah, Junge Boah, Junge Boah, Junge Boah, Junge Ey, wo ist eigentlich Sosa, Junge Ah, endlich Um Gottes Willen Um Gottes Willen Halleluja Endlich Boden Endlich Boden Danke, Junge Gib mal her Gib mal her Ich hab zwar ein bisschen Angst gehabt, Urlaub, dass du abtrickst Maske ab und alles Ja, 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 warte mal, warte mal Jungs, zieht euch um Warte, warte, ja, was dabei Und Sepp Oberteil, Oberteil aus, Maske aus Ja, warte Papito, jetzt, jetzt, zwei Sekunden, bitte, lass mich umziehen Jungs, wisst ihr, was die für Rechnungen reingedrückt haben? Um Gottes Willen Was? Hast du denn gemacht? Ja, ich... Kleinigkeiten Sepp Meier, halt so... Ich weiß nicht, was mit dem los ist Du hast über 100 bekommen, oder? Ich hab 165 eigentlich What? Ach du Seiße Also ich hab... Also ich hab... Also ich hab Drohung oder Einschüchterung, Widerstand gegen Volksbeamten, Geiselnahme, Mord, Versuchter Mord, Körperverletzung, Geschwängnisausbruch, Rauch, Versuchter Raub, Illegaler Waffenbesitz, Einsatzkosten... Ja, das war's, das sind ungefähr... Was ist denn das? 150... Das sind so eine halbe Million, ein bisschen mehr